Du denkst, Messis Riesenhund oder Balotellis Superschwein sind die verrücktesten Austiere der Fußballstars? Dann liegst du komplett falsch. Hast du schon mal von Matt Oakley gehört? Nein? Ich auch nicht, bis ich herausgefunden habe, was für verrückt gefährliche Austiere der Mann hält. Der frühere Profi von Leicester City begeistert sich bereits seit seiner Kindheit für Fische und Meerestiere. Da ihm normale Aquarien nicht mehr reizen, entschied sich Oakley dazu, Rotbauchpiranjas zu halten. Tiere, die in Fachkreisen als besonders aggressiv und gefährlich angesehen werden. Oakley fasziniert laut eigener Aussage am meisten der Föterungsprozess. Komplett verrückt, wenn ihr mich fragt.